Jetzt du mal als Trainer von Hannover-Burgdorf. Du weißt, du bist... Oh, ist das schön gespielt. Magnus Landin. Ich stelle mir die Frage. Das ist der lege Handball. Du als Trainer von Hannover-Burgdorf. Du weißt, in der Saison hast du nur eine Chance, wenn du Morten Olsen bei Laune und im Spiel hältst. Muss man jetzt nicht probieren, irgendwie wieder zurückzuholen? Das ist der lege Handball.